er muss ja irgendwas übersehen haben oder ging es nur um das ding was bringt das denn noch mal standen das ja hier mit so einer dampfende glocke ach so auch so das kann ich da im inventar irgendwo machen aber ich habe schon mehrere davon ja was bringen die denn noch mal kiesfarbener gefahren ring verteidigung wahrscheinlich wechsel asche bringt mir mehr lp glücksbrecher 50 prozent mehr leben oder mehr schaden und dampfende glocke dampft ja ich jetzt mehr leben ich jetzt mehr leben ich jetzt irgendwas mehr ich nehme das hier ist irgendwas 15 prozent 15 prozent auf irgendwas klingt immer besser als nix wo muss ich denn hier lang hier schreit doch als irgendwo eine spinne nach rum hier müsste ich doch irgendwas übersehen haben außer dem loch da im wasser ne weiter geht es hier nirgendwo oder wie das musste aber erst mal sehen jetzt mal ernsthaft ja hallo okay was auch sonst geil magic mushrooms im keller hab nicht so viel mainer mehr das ist nicht so geil ja hätte ich auch nicht gebraucht oh nee auch nicht so ein dicker ja kommt doch mal in der ecke oder so nicht darunter einer scheiße meine fresse ey macht der schaden unser armer kleiner fuchs junge was der sich hier für eine gülle als geben muss bin ich jetzt im knast erbärchen das kann ich mir was die alle bringen oh der ist der sektenboy mit seiner kerze aber warum ist denn das so ein fuchs meister man oh mein gott er kämpft doch nicht hier als in diesen scheiß räumen man ist übel ich bin halt bei der sekte im knast man das ist doch kacke ich weiß gar nicht mehr was die dinge alle bringen oh shit oh shit lass mich doch da rein mann so ne übelste bombe wär jetzt geil oh fuchs meister scheiße feuer feuer alter ey der verbrennt mich ja ok von den getroffen werden ist scheiße saufen schnell ok das ist ja richtig uncool ok von den fuchs meistern nicht treffen lassen jesus christ das könnte mich aber auch mal ein bisschen heilen so wenn ich da so ein ding an mache ok das ist ja übel wild man die fackeln mich einfach ab mein lebendigen leib das ostgewerbe hauptebene ok ich glaube jetzt sind wir richtig am start bei den sekten dudes nicht die kerzen zerschnibbeln nee da sitzen sie alle sind die brüder oh mein gott was ist das denn hier ja klar hat keiner gehört den riesen rumpf im keller nö nö oh hier kann ich regnen das ist ganz wichtig kann man den mal anmachen oh ist das hier schon der obersektenbogo ja alter ist ihm gehört hier alles oder was moin oh ok nee 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 wird kein bock auf spaß aber das ist doch dann hier oder oh ja das war glaube ich nie so klug das ist ja der übelste riesenbossfight man ok ok so weit so gut wie krieg ich denn da oben jetzt oh oh die lassen magic fallen krieg ich denn da oben jetzt den oberkugel weg vor allem so lau und ohne irgendwas naja ich kann hier noch mal dran nee hier geht's raus alter so viele wege wo kann ich den überfallen hallo oh ja ich porte mich einfach was auch sonst man ach der war das mit dem range angegriffen ich dachte es wäre der oberkugel gewesen ok den kann ich ja snipen theoretisch mit dem feierstab dann wäre der auch schon mal problem ist halt wenn ich mich halt einmal heile ne dann ist halt schluss dann sind die alle wieder da bin ich jetzt nicht so heiß drauf da ist der oberkugel ok ähm gehen wir kurz hier weiter hast ja nichts gegen wo ist denn dein freund da oben genau den kann ich den kurz weghauen oh nein ok der andere hat sich da rein verpisst oh was machst du da in deiner ecke man wow nicht abfackeln man nein er hat mich einfach abgefackelt das ist doch scheiße oh nein wo ist bohr nicht denn hier ich habe ja gar keine knete mehr ich habe ja gar keine knete mehr das ist jetzt ein bisschen ärgerlich dass der mich gekillt hat da bin ich ganz early gibt doch jetzt mal was hier ja drei oh jetzt kriege ich einen zweiten kartenstab achso aber was bringen die mir man please äh ja komm ich brauche mal mehr stamina das wäre ganz geil ich muss jetzt aber nicht nochmal hier komplett durch oder alter das war voll viel auch mit den ganzen kackspinnen und so geben die jetzt echt alle wieder das wäre ja mal richtig ärgerlich ja man sollte einfach so oft speichern wie möglich ohne spaß ouch wenn es geht würde ich euch gerne alle mal dodgen ja bin ich jetzt echt im kreis gelaufen jesus man moin wie ging es denn hier weiter wie die mir aber auch kacken dreist ewig hinterher rennen ja jetzt kommen hier die zehn millionen das ist nicht so ganz so cool hallo nee da wollte ich eigentlich rein ja ok hey freunde hallo warum ist der so schnell ist ja gerade ein ins wasser geflogen oder was war das für eine fontäne ey der ist ja übel schnell ach nee er läuft durchs wasser oh ja klein gleich zwei von denen den von zehn junge würde wieder ich muss hier runter aua nicht in mein oh oh ok 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 ich hab's verstanden ihr habt nicht so bock auf spaß hallo feuermann das den paar freunde da oh mein gott alter dieser zehnmal schneller als ich hallo ich muss mal kurz hier durch ich hab hier irgendwas zu erledigen holy shit man ok einfach gespeed run aber die kommen ja jetzt hoch oder nee haha alter ok gibt's hier denn noch irgendwo oh was macht das denn das waren eisbomben glaube ich ach das sind ja die ganzen ober gurus er guckt mich an aber entdeckt mich quasi nicht du so geil meister los ab an deiner ecke da ok er fährt schon mal über den boden und hat bock ok aber die sind dann mit einem hit quasi also einer kombose nie down du kannst mich mal weil du gibst magie ne machen wir das mal so ok die ober gurus gehen ja auch voll klar ja bockt auf jeden fall hallo ist doch ok feuer gibt's irgendwie nen trick das feuer auszumachen wer ist der da oben hallo ja ist doch ok man ich glaube das hätte ich gleich machen sollen was gibt's denn hier unten so schönes ob es hier gar nichts gibt was ist das denn für ein fake ach da wäre ich auch runtergekommen mich sind diese kaputten dinge immer kaputt ich weiß nicht warum ok was ist das denn man der bibliotheker ja oh nein das ist einer den ich nicht sehe oder was in der kathedrale und diese blauen schrift abzeichen das hat ja wieder irgendwas mit magic zu tun junge das bild ist ja mal komplett krank gewehr aus geschützteilen gebaut kann aber nur einmal schießen damit ausgerüstete plünderer versuchen abstand zu halten großschwert des bergmanns bomben ja alter geil liegt auf jeden fall nach dem plünderern schon wieder gefühlt im delirium ah ok ich kann hier jetzt aber heilen das klingt doch mal echt vernünftig da war ja der eine typ der eben gerade keinen oberkuchen wenn er mit drei schwert hits down geht das klingt ja eigentlich machbar ok jungs ihr seid ja generell nicht die stärksten eigentlich so halten jetzt auf einmal vier hits aus ne nicht brennen aua 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 ist sich bro hab ich den jetzt echt da raus gehauen nein kleiner sack ok wenn du da jetzt den stab nicht hast du bist ja komplett aufgeschmissen aber die lassen leben fallen ich denke mal das ist der eingang in die kathedrale und dann zum nächsten boss also im moment kacken sie mich aber zu mit bossen ja klappt's alter wieso kann ich nicht bin ich genug strong oder was warum geht das hier nicht ist jetzt ein bug oder muss das da einmal quasi an sein dass ich erst da die andere route quasi an machen muss ich höre ich denn hier überall spinnen alter das könnte natürlich sein irgendwie hier rechts so dass ich erst die linie generell an machen muss hier geht's auf jeden fall raus und hier gibt's klumpen geil ich liebe klumpen oh es war nur ein bait den da oben habe ich fast vergessen ok ich gebe zu gegen die ist das echte ganz hilfreich mit dem ranged die ladezone hier in das gewölbe ist aber übel na nehmt mir mein gehen nicht übel leute gestern nacht 10 stunden gestreamt nein du bleibst hier ach nö die kumbo ist aber ranzig oh ne ich will kein feuer ja der muss als erstes down jetzt krieg ich hier noch ne krise wow ok freunde das lief besser als gedacht ok das herz hätte ich noch gern aber was jetzt diese komischen karten da bringen die ich ausgerüstet habe weiß ich noch nicht ganz ehrlich ja wer baut denn hier sowas aber leute wenn ich das so sehe ne wie geil wäre so ein open world game davon so richtig rpg in diesem stil du kannst so geile welten machen ne holy shit allein diese musik und das feeling wenn du jetzt hier so siehst da unten diesen wald so irgendwie will ich da hin mit so verschiedenen städten und so n scheiß das wäre schon geil wie geht das nicht weißt du bist 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 du